Johannes Kleske, Sie sind Trendforscher und Strategieberater im Bereich digitale Medien. Social Media gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dennoch haben noch viele große Unternehmen nicht erkannt, wie wichtig das ist. Teilen Sie diese Meinung? Es verändert sich. Immer mehr Unternehmen verstehen, was da was passiert. Aber ganz grundsätzlich ist das eine Entwicklung, die verglichen mit anderen Entwicklungen immer noch relativ jung ist. Und ich glaube, wir fangen erst ganz langsam an zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Oder was sind die eigentlichen Themen, die Social Media beeinflussen? Oder wie groß ist das Thema? Für viele war es so, ja, Facebook ist eine neue Plattform oder Twitter. Also je nachdem, was der aktuelle Trend gerade ist. Aber mehr und mehr fangen Unternehmen an zu verstehen, dass es hier um eine neue Form von Kommunikation geht oder um eine erweiterte Form von Kommunikation. Und deswegen sehe ich da gar nicht so ein großes Problem, dass die Leute irgendwie sich immer noch, oder die Unternehmen immer noch sich schwer tun damit. Ich glaube, es ist nur wichtig, einfach die entscheidenden Fragen zu stellen, sich immer wieder anzugucken. Bringt das unsere Kundenbeziehung nach vorne? Bringt das unsere Beziehung zu unseren Konsumenten nach vorne? Und dann kann man Schritt für Schritt diese Wege ziehen. Besteht denn nicht die Gefahr, dass man es verpasst, auf den Zug aufzuspringen, rechtzeitig? Die Gefahr besteht immer, aber sie besteht auch mit allen anderen Themen. Und man weiß nicht so recht, welches sind die Themen, die funktionieren, die nicht funktionieren. Für mich, ich finde es ganz wichtig, dass ein Unternehmen nicht auf Social Media aufspringt, weil es die Angst hat, was zu verpassen. Das spürt man Social Media-Kanälen von Unternehmen ab. Die machen das nur, weil sie mit dabei sein wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Unternehmen so viel Selbstidentität hat, dass sie verstehen, das passt zu uns oder das passt nicht zu uns. Wir wollen das ausprobieren und gucken, ob das für uns funktioniert oder nicht. Jemand, der nur dabei ist, weil alle anderen dabei sind, schwierig. Wie sieht Social Media in beispielsweise fünf Jahren aus? Es gab Myspace, gibt es kaum mehr. Wird nicht mehr beachtet. Facebook gibt es auch schon erste Stimmen, die sagen, Facebook verschwindet auch eher. Wie sieht das aus in fünf Jahren? Das erste Ding ist, dass ich glaube, dass wir in fünf Jahren nicht mehr über Social Media reden. Ich glaube, es wird ein ganz selbstverständlicher Teil von Kommunikation sein, dass wir Plattformen benutzen. Aber Social Media ist ja weit mehr als die Plattform, die wir benutzen. Es sind bestimmte Formen, wie man kommuniziert. Es ist diese Möglichkeit, dass ich im direkten Austausch mit einem Unternehmen trete, dass wir eine Konversation haben können mit Unternehmen. Gleichzeitig habe ich vielmehr die Möglichkeit, mich mit anderen Konsumenten auszutauschen, das öffentlich zu machen, über diese Themen zu reden. Und welche Plattform das ist, die Plattformen werden kommen und gehen. Aber was bleibt und was sich weiterentwickeln wird, sind die Grundprinzipien der Kommunikation. Und das ist das, worauf Unternehmen setzen sollten. Nicht zu gucken, was ist der letzte Trend, sondern zu fragen, welche Art der Kommunikation funktioniert für uns als Unternehmer am besten. Und dazu suchen wir uns die richtige Plattform. Und dann, wenn eine neue Plattform kommt, kann ich immer wieder gucken, passt das zu mir, passt das zu meiner Strategie für die Kommunikation. Und dann gehe ich drauf oder ich setze aus. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.